Kinder müssen morgens in Ruhe und ohne Hass zur Schule geschickt werden. Wenn man Kinder morgens schon treibt, werden sie auch auf dem Schulweg hasten und hetzen, sind unaufmerksam und gefährdet. Dunkle Kleidung gefährdet das Kind in der Morgendämmerung erheblich, denn es ist bedeutend schlechter zu sehen. Und wenn die Schuhtasche abends in Ruhe eingepackt wird, hat das Kind morgens mehr Zeit. So schnell zu frühstücken genügt nicht. Brot beeil dich, sonst kommst du zu spät. Ist das Brot unterwegs? Für dich wird es jetzt auch höchste Zeit. Mütter, die ihre Kinder so zur Schule schicken, wissen nicht, welch schlechten Dienst sie ihnen damit erweisen. Die Kinder sind gehetzt und unaufmerksam und in ihrer dunklen Kleidung schlecht zu erkennen. Mann, oh Mann, lieben die gefährlich. Da muss doch was zu machen sein. Du liebe Zeit, ich muss schnell das Frühstück machen. Dann werde ich ein bisschen helfen. Nun wird es aber höchste Zeit. Mann, oh Mann, wie sehen die denn aus? Ihr habt ja richtige Tamanzüge an. Aber das werden wir gleich haben. So seid ihr viel besser zu sehen. Ja, das stimmt. Viel besser. Da fehlt ein Schülerlotse. Jupp. Willst du wohl mit den anderen gehen? Ja. Ich hab's mir gleich gedacht. Es lässt sich doch was machen. Nichts geht über ein ausgiebiges Frühstück. Alle sind rechtzeitig aufgestanden und können sich in Ruhe auf den Schulweg vorbereiten. Solche Schulranzen und Kleidung in auffälliger Farbe sind prima. Die können Autofahrer schon aus der Ferne erkennen. Es ist einfach besser, die Kinder ohne Hass zur Schule zu schicken. Wer rechtzeitig zur Schule geht, hat Zeit, den sichersten Weg zu wählen. Durch Straßen mit wenig Verkehr, auf Fußgängerüberwegen und, wie hier, zur Fußgängerampel. Sichere Wege und helle Kleidung sind der beste Schutz für einen gefahrlosen Weg zur Schule. Und wenn Schülerlotsen da sind, dann sollten alle hier und an keiner anderen Stelle über die Straße gehen. Am besten in einer Gruppe. So wird der Schulweg sicherer. So wird der Schulweg sicherer.